Wer soll wohin? Ich will das einfach mal lernen! Ja, also ich drücke O, dann ganz rechts auf Schlachtzug. Moment, Moment, also... O, Schlachtzug... Und das kannst du einfach aufziehen. Ah, okay. Aber mit linker Maus, das nicht mit rechts, das kann verwirrend sein. Moment, es gibt zu viele von diesen Tasten, das musst du dir nochmal langsam erklären. Linke hintere Tasche, linke hintere Tasche! Wie macht man das? Ah, da mit Nagel nun, gell? Du hast sechs hintere linke Taschen. Sie müssen deutlich in die Sprechmuschel sprechen. Möchten Sie das Premium Master Paket kaufen? Unfühlbar. Brauchen wir nochmal nen Port? Brauchen wir nochmal nen Fernseher? Wann kommt? Fernseher? Ich find zwar von Namen an niemanden. Das ist ein Kleiderschrank und kein Fernseher. Ja, die sollen mich anwispern oder so. Ja, das probieren wir grad, aber ich find keinen von denen. Du musst es mehrmals probieren, manchmal bugt es rum. Wieso seh ich so scheiße? Wieso wollt ihr mich potten? Ich furchtbar, ich muss gleich kurz nirgeln. Oh, schon besser. Guck mal da, den Taum. Taurenroak. Fangen sie alle wieder an, hier das Aussehen zu kopieren. Ich bin nur von Argus-Wacht, sind gerade dann Todeskrallen, aber nicht von Norganon. Oh, Arion, hast du noch von diesen Aussehenskopierteilen? Ja, sonst ist das irgendwo ein von den Mana-Punks? Ja, die sind ja alle in Kara. Alle? Alle drei, ja. Dann gibst du denen ja kurz zwei Battle.net und dann lösst du. Die können sich doch selber vorschlagen, dass sie bei dir mitkommen. Dass sie nicht in der Friends-Liste. Nein, die drei, die mitwollen nicht. Mette doch einen von denen. Wenn ich keinen fände. Nein, im Battle.net. Du sagst dem einen, der soll quasi deine, oder der soll eine Battle.net E-Mail hergeben, oder den Battle.net von einem von denen. Sonst kommen sie doch auf den zweiten Bus mit. Ja, aber es wäre schon schön, wenn sie alles mitmachen, oder? Ja. Ob Mainzano, glaube ich. Ja, wer weiß, wie lange das noch da hat. Ja, das ist doch ganz einfach. Die einen sollen, ihr geht ja einfach... Ja, ja, ihr habt vorgeschrieben, dass man... Wer hätte sich gepolt. Ähm, wer hat denn da... Amati... Amati... Amati ist respawned. Amati ist respawned. Er ist respawned. Was? Fynn. What happened? Also... Wer hat die Exeklecht schon keine Heilung. Das hast du schon gesehen. Well, this escalated quickly. Ich habe mich gerade gewundert. Was war das jetzt? Das ist ja fast wie das Portal nach Steinhardt. Es ist bloß gut, dass ich es genau vor sie gestellt habe. Und hätte das Portal vielleicht noch in den Gesundheitsstellen reinmachen sollen? Nimmt man das dann Clickbait? Okay. Den muss ich auch. Den muss ich auch. Den muss ich auch noch von diesen Prismen da zum Auszähler übernehmen. Ich habe fast darauf geklickt, ich habe gedacht, ihr portet. Also ich bin sicher, in 10 Minuten sind wir ganz acerot verstreut. Ich kann es noch herstellen und zwar 145 Mal, wie oft brauchst du es denn? Nee, nicht wegen dem Herstellen. Mach mal eins. Wieso soll ich das aussehen mit jemand anderem tauschen, ich bin schon wunderschön, hallo? Und übernimm mal meine Dingsbums. Die Dingsbums? Ähm, jetzt muss ich nachher so ein Geisterwurf rausgehen. Da enden mich die jetzt, oder wie? Wieso stehe ich jetzt noch drüben? Wir haben einen Schneemann im Regen. Wir haben einen Schneemann im Regen. Den Rest können wir uns noch nicht vorschlagen. So, wer kommt denn noch? Sie haben Gold, Junge! Oh! Da gibt's den auch gleich mal ein A oder so. Ist das der dritte Tank? Die Düten war schon letzt mit dabei Die Düten? Ah ja genau Wie wird es jetzt ausgesprochen? Sackaal oder Sackaal? Sackaal 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 Da kann der Tuti dann die anderen zwei noch einladen, dann können wir Go-Go machen Warte mal, nein wir können nicht Go-Go machen, hier hüpfen Hier hüpfen Olli? Nein, hier hüpfen Schneemann rum Ja guck doch mal Ja Ja Ich mach gleich eine Flasche im Olli Ich mach gleich eine Flasche im Olli Du hast jetzt nur eine Party gepostet Ja Ich hab kein Makro für Raid Was in der Zeit hätte ich die Giza machen können? Ja Ja Und essen können So wie ich dich kenne, hättest du auch gleich verspeist in der Zeit Ja Ja, Potts laufen und so, ne? Ja, darum hab ich noch keinen genommen und so, ne? Ja 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 Eton, du musst das noch üben mit den Potten Ich hab mir gedacht, ich potte lieber schon beim Trash Boah, also die Mütze Spaltet der Boss eigentlich? Du kannst ja mal gleich bleiben Ich bin ja mit dem gespaltenen dabei Ja Also, kommt der nur alleine jetzt oder bringt der noch jemand mit? Ja, und dann kommt der nur alleine Alles klar Dann soll der aufs TS kommen und mach'n go Ja Ah, jetzt gerät's Irgendwie hab ich immer mehr Federn aufm Kopf Damit du noch leichter wirst Damit du noch leichter wirst Okay, weiter Mutti ist ja noch nicht mit dabei im TS, ne? Ja, aber zumindest müssten dann alle die Bosse mal kennen, weil Düte war ja auch schon dabei, also Nein Können wir diesen Go-Go-Go machen Und Wipe 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 Bam Ja, Rudi, Rudi hat eh nicht zurückschrieben, dann Pfff, dich Der ist noch eh nicht online Zumindest im Battlenet ist das online, ne? Battlenet hab ich noch Der ist nicht necke Idee Na gut, naja, der ist im Hauptmenü von Hearthstone Kann auch sein, dass er im Handy, äh, das spielt Oh, man glaubt, so viele Eulen Und alle tanzen, los! Ich will auch ne Eulen sein Juuu, ich bin so groß, wieso bin ich so groß? Bist eher dick, nicht groß Hallo, ich bin doppelt so groß wie ihr Die Eulen Königin Kapilzi bist du Kapilzi Na dann Warte nur noch, bis du den TS kommt, oder? Na mit Gerano tanzen Doch Vor allem schreckst du mir auch deinen Hintern hin Ja, schau, wir sind schwirken Jetzt tu es auf einmal so, ja, ja Ich kann nichts dafür, wenn sie mich bezirzt, ja? Ich bin hier das Opfer Opfer! Opfer! Ach, ach, ich bin nervös Bist mit deinem Schammi das erste Mal da hin, gell? Ich höre eine Blume singen, wessen Blume singt hier? Rani, Rani, Rani Also irgendwie erinnert mich das Ganze an die Anfangszeiten, als wir noch sinnlos in Ironforge Polonaise gemacht haben Nein, schon Das ist doch Eisenschmiede Er ist doch Eisenschmiede Naja genau, so heißt es so, genau Ach so, wie auf die Polizei Achtung Ja Der hat kleine Sitzung Auf was warten eigentlich? Auf Tuti Auf Tuti, dass er vom Klo zurückkommt Ach Gott Den wir 10 Minuten auf ihn gewartet haben, dass er in die Gruppe kommt Ich dachte, er heißt Tüte Der heißt doch Tüte Sackerleut Maren, ich sag nur AFK duschen AFK duschen, ja So ähnlich war das auch Ich geh nur vorm Prinzen Nachm Schach-Event vorm Prinzen AFK duschen Ja wie? Ich denke Das erste Mal so beim Prinzen so, keiner hab mehr Bock AFK duschen Er muss gehen Er muss morgen AFK schön arbeiten Und war seitdem nicht mehr gesehen Ich glaube, der duscht heute noch Hier auch noch ein Fuchsger Filme Ja Moko Brau nebendran Ich hab'n ganzen Haus Ach Gott Wir hätten schon fast gut sein können Ich find' das auch grad'n bisschen krass Legt ihr für'n Haufen? Den größten Haufen der Welt Oh bitte Ach, mehrere Muss mehrmals spülen Er hat sich halt verpissen Ohne Scheiße Ja vielleicht ist er ja nicht auf sein Klo gegangen Von das im Gasthaus Kurz zu Mutti gefahren Weil er sich gedacht hat Nee, die Bombe schmeiß ich nicht in meine eigene Wohnung Ja, das ist er doch Oder? Und wie war das? War da nicht irgendwie was? Ja, das ist ein Szenario ist dann vorne nach dem Boss Genau Neslany hat die Quest auch und ne mit Drohner Hälchen Was? Mit den vier Dingern sammeln von fünf Szenarios Was soll das mit dir denn endlich abgeben dürfen? Ja, drei, vier Mit drei, vier Endlich abgeben Ja, ihr habt das über eine Quest Theoretisch müsste ich ja mit dem Hunter mitkommen Da brauche ich nur noch zwei Stück Jo, klar Hallo, 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 hallo Alle zu lila, alle zu lila, alle zu lila Ja? Durch die Hexapartei, jetzt geht's schneller Ich fang an, aber gut Ich hab grad noch so sicher Badezimmer überschwemmt Was war das für ein Haufen? Hast du Durchfallen? Das war für ein Haufen Äh, ne Das war für ein Haufen Sorry, das war aber Herrlich Wir haben uns grad gewundert, was du für ein Haufen legst Und dann sagst du, du hast das Bade überschwemmt Oh, geil Oh, geil Ich hab Drehniss in die Augen Du hast Pipi in den Augen Ja, ja, ich seh nix Ich bin dann auch noch auf dem Klo Das Ich will jetzt nicht wissen, was du Oh, auch nicht den Spinning Gerlich Oh, da kommt was Euer waches Leben ist eine Krankheit Euer waches Leben ist eine Krankheit Ihr Leben ist eine Krankheit! Wozu braucht ihr noch dieses Leben? So und alle zu grün! Sollen wir jetzt dann auf der grünen Seite ablegen oder einfach nach der Phase wieder auf den Lille rüber gehen? Weil jetzt mal ein bisschen Chaos ist. Ich würde einfach bleiben und dann umgewechseln. So alle auf die grüne Seite rüber, alle auf die Range! Das ist ja fast wie Tanzen mit Eiger! Oh Gott! Wer ist verkackt, bleibt gleich draußen! Gevern weg, bitte! Jetzt alle, die ganze Gülle auf der grüne! Steh ab, Tastnatur! Steh ab! Ja! Heute nicht! Hüte sie! Eure waches Leben ist eine Krankheit! Kalt! Oh! Ja! Ja! Hier ist die mit dem Scheiss, eben runter da hin Was sollst hier immerhin bleiben Mucu? Auf Klo hätte es vorher gehen können Ah ja, passt schon Nein Mucu, stirb nicht! Alle Riefer Käfer, Käfer Ich... Nein, du stehst die Uhr drin Nix, ich hab's... Huah... Nein, hüah... Jetzt war wieder alle auf die Lila Seite Yay, Lila Ach, ihr könnt jetzt ablegen wo ihr wollt Bei den Tanks, bei den Tanks? Gut! Auch in den Tanks, das macht auch keinen Unterschied mehr Ja, ich hab alle TDS ready. Kann ich wenig mit meinem Hanna noch rausballern. Mal gucken, wie hoch ich komme vom hier. Too late. Und alle raus. Oh, schick. Ich hab gestern gehört, das geht nicht mehr. Was? Oh, 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 da wär was für mich. Ne, doch nicht. Das ist auf einmal auszuprobieren, aber geht's nicht. Wir füllen es halt drum. Wäre scheiße, wenn's nicht mehr geht. Das sind alle strengths, ne? Echt? Oh, oh. Ollis. Oh, oh. Jetzt nicht die Allis angreifen. Ich ergräbel mich. Ihr müsst euch verbeugen. Ja, komm. Nein, mach das nicht, Harry, bitte. Das provoziert nur. Aber wir sind doch auf einer IOM-Selfer, oder? Ne, wir sind eben gefolgen. Das will ich mir haben. Seid ihr alle draußen? Ja. 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 Ja, spürst du's nicht? Stell alle Transmogen. Okay, dann wieder ran. Rippen. Rippen, genau. Transmogen! Hab ich schon. Er wird so viel angeschwuckt. Schei! Ich hätte auch noch einen fixen. Ist noch da. Ähm, ich... also ich... Würde ihn... Ne, ne, geht nicht mehr. Den fixen hätten sie nicht gebraucht. Sind noch da. Ich würd für uns einmal um diesen Ring da. Der ist mir zu schmuddelig. Du, mit deinem T-Score von 900 kannst du ihn nicht mehr anziehen. Anziehen schon. Äh, wieso sind die Mobster? Weil das nicht mehr geht. Willkommen im Leben. Der hat Blizzard dahin trainiert. Ich zähle Überraschung für dich. Hä? Das ist auch Zeitdemo. Achtung, auf zu mir bitte. Alle weg, alle weg! Verrückt! Wollt ihr sterben? Was macht Schaden? Deckt das. Genau, lieber es kriegt nur einer Schaden, als der andere Schaden kriegt. Ja, echt? Vielen Dank, kommen wir wieder aufheben. Das ist heilersparend. Ich durfte jeder Soße. Bitte. Danke. Zu leid. Aber im LFR macht uns das Raul, dass wir alles wissen. Ja. Ja. Hat jeder da schönes mitgebracht. Alles! Weiter Schwede. Ja, da kommt noch was! Jetzt müssen wir doch ganz kurz rüber lernen. Sie haben das gefixt. Warum sind wir denn rausgegangen? Weil sie das probieren wollten. Ach so. Okay. Das war die Probe auf 6M. Das hast du eigentlich die letzten 10 Minuten gemacht, Shai. Das wollen wir nicht wissen. Äh, keine Ahnung. Schaden. Das ist halt einfach Shai. Zu Shai. Komm ran, Kagi. Ähm. Kagi kann sich nicht. Blinzeln. Ihr müsst nicht mit Kagi sehen. Ihr könnt euch doch bewegen, oder? Nein. Nein. Ja, kannst du da nicht blinzeln oder so? Ne, du kannst gar nichts. Oh, du kannst gar nichts. Oh, du kannst gar nichts. Oh, du kannst gar nichts. Wahrscheinlich in den letzten Momenten sich rausgeblinzelt. Blicken alle so voll wie rum. Overnight 1000. Ähm, so, wo ist denn eigentlich die Tüte? Die Kotztüte? Ich bin hier. Ich habe mal so ein bisschen Mana gebraucht, aber okay. Bravste. Mana finde ich schwach. Ja und dann zwar Mana. Ich denke, es brauchen wir Mana. Ja und zwar Hänger schon. Mana macht kein Damage. Anscheinend ist Ethan jetzt die Mana schleuder statt Nuku. Ne, ich habe mich gerade ein bisschen angestrengt um mal zu gucken wie schnell das denn geht. Leer werden? Ja, leer werden geht schnell. Ja, leer werden geht schnell. Ich habe mich erfahren. Oh, bitte. Ah, nicht so du... Danke Tüte. Jo, kein Problem. Ich werde angewischt, du wird übelst angeregt. Du musst das Ganze dazu lesen. Ja, genau. Ja, Beiss hat es nämlich. Aha. Ich glaube, die Mops haben was gegen mich. Das ist nämlich okay. Hell, Overheal auf mich! Ach, wir gehen hin. Ui! Ui! Ich habe geankt, ich habe geankt. Das war ein guter Combo mit dem Explodieren, dann noch den Stun plus noch der... Okay. Ich habe mich umsonst gesaugt. Irgendwie lauf dich. Ich cheater Deathbox glaube ich bei diesem Trash jetzt schon zum dritten Mal dann. Ich werde nur sterben. Wieso immer ich? Mann, oh! gott aufpassen auf die linle Gülle. Richtig! Mir wer spreadsen lassen. Bitter zu? Wie billig. Bist du ein bisschen von den Heilern weggelaufen? Ja so ein bisschen Was ist denn das hier jetzt, hallo? Alle sterben weg, Harry tu was Ähm, Anregung ist noch cooldown, geht nicht Bitte Haben wir die Gilde eingeblendet? Ja Also ich stink, mei Ja, du warst der Einzige, ich hab Claude gezündet Danke Bitte Ah, das ist schon viel zufrieden Aber ich hab ein cool Dauberflug Jetzt geh ich nicht mehr zu dir hin Ich auch Was hättest du davon? Na, ich wünsche dir auch nein Ja, wer tötet dich? Das ist nicht weg Was? Nein, 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 nein Ihre Freut mich Und tschüss, Mario Also, ich hab's ja gesagt, freut mich nicht mehr Oh, schön mit dir Ja Wo ist denn das Makro für Marion? Nein, nein Nein, nein, nein Nein, nein, nein Ich hab' eine normale Truppe und instanten Wow Ich hebe hier mal was an Was? Was hab' ich denn da gefunden? Eee, ich bin im Damage Auf sechsten Platz Geil Ja, warum nur? Ja, aber wenn alle anderen doth haben, dafür konnte ich nix Die kann man nicht traden, oder? Sprach der Heiler Sprach der Heiler Sprach der Heiler Eee, ich hab' keine Ahnung Es steht schon da, dass Traden Münster ist richtig Boah, die würden zum Beispiel beim Aufheben gewonnen Die, die würde ich wohl nehmen, wenn es möglich wäre Jeder Boss nur dumm aufheben gewonnen Ich brauch's denn nicht, ich hab da auch 70er Okay, ist okay Ähm Könnt ihr mir noch einen Gefallen? Könnt ihr die Tanks im Raid noch als Tanks markieren? Da ist ein Bär, oh, Kriegerin Ich mach' schick'n Äh Ich bin betäubt Oh, Hilfe Ist gemacht Ja, danke Weil, dann kann man das besser Bisschen separieren Aha Von der Anzeige her Ja, ja Mach alles den Weg zu nehmen Alles den Weg zu nehmen Da ist was, da ist was Ich schon Aber Angst Du musst mit dem LFR auch nicht, hallo? Tch Oh, ich miss'n Momona Kann man dir eigentlich Taschendiebstahl'n? Ja 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 Du es, du es Du konntest hier wirklich mal am Anfang durchschreiten Und dann gab's irgendwo Mobs, die haben relativ hohe Wahrscheinlichkeit Wenn Taschendiebstahl gemacht hast, hast du den Epic-Jank gehabt Zu den Wetterzeiten und was Ne, ich glaub, es hat sogar ne Woche dauert Aber es war relativ krank Ja super, du konntest als Schurke alleine hier rein Hast du den Diebstahl gemacht, hast du die Epis rausgezogen Ja Aber wie kamst du denn am ersten Boss vorbei? Der hat doch ein Tor Ja 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 Das weiß ich nicht mehr Ich, weil ich immer auf eine scheiß Addons-Punk Was ist denn das für ne Begründung? Ich dachte jetzt, weil ich reingestoßen wurde oder so, aber Ich hab gestern mein Interface gehalten und merke grad, dass einiges hat gepasst Jetzt Der legt das ein, weil er blau Kann man machen Ja Ein Händchen für richtige Momente, ne? Ja, muss man auch mal haben Ähm So nach dem Motto, ey du lautsch gleich in die Gruppe, oh ein Keks Alle auf die Seite, alle Auf der dicke Harry, auf der dicke Ruppen Unsichtbar ist viel besser als auf die Seite laufen Ja Doch Ach das ist late Oh, das hat nur 10 Sekunden gehalten Wo gehen wir denn als erstes hin? Auge Ja natürlich Auge Auge Alle lieben das Auge Das mit dem grössten Schroßpunkt Wenn man das nicht gleich schafft, dann kann man es nämlich gleich lassen Also das war jetzt nicht die Begründung, aber Oh, eine Quest Yay Kommen wir gleich zu Ding ins Kirchen, oder? Ja Der war's 38 old, ist das alles? Ja, du wirst dir jetzt jeden mal hinwarten zum Gip-Boss von den Szenarios Ja, aber, kann man das jetzt dreimal verwenden oder nicht jedes Mal? Entsetzend Was ist das? Irgendwas, du das machte ja gut Aus dem Shop Echt jetzt? Ich hab die dicke Kohle Oder gibt's diese Woche an dieser Mini-Quest? Jetzt gibt's so ein ähnliches, gibt's dann am Ende, glaub ich, dieser Suramar-Quest-Reihe Ist es wirklich aus dem Shop, oder was? Ja Ich hab den Ruhen-Sedler sucht Ah, der kann nicht fliegen, oder? Doch Aber das geht hier grad nicht Und der aus Suramar, kann der auch fliegen? Ja Weiß ich nicht, glaub ich nicht Ja Okay Aber was bei dem ganz cool ist, dass er die Maskerei automatisch verpässt und aufnacht Gibt's doch so'n, ähm, Feuerviech, ne, was man shoppen kann, das find ich ziemlich cool Einzige, was mir da holen wird, glaube ich Nimm Dino mit Aber bitte auch an die Tentakel denken Ja, wär schön, wenn sie diesmal keiner pullt Deswegen sag ich auch, denk Jaa Okay, da hätten wir weiter vormischen Ja Es ist okay, weil wir nicht die ganze Instanz pullen würden Ja, wir haben keinen Jäger dabei, okay? Das ändert nix Als ich im LFR war letztens, da hatten Ja, heute für mich, das Mage ist viel schlimmer als wir gestern Es gibt gar nicht Was hat er im LFR? Da hatten die Tentakel auch aggro Und wir haben trotzdem den Boss gemacht, das hat keinen interessiert Ja, das haben sie auch gehabt Die ganze Zeit rumgespringen Das hatte ich auch gehabt Also auch wirklich Völlig irrelevanter Damage, der da kommt Ja gut, der ist ja auch jetzt relativ gering Ich hab's ja gebraucht für ne Quest Auf den Ast achten Ja, da laufen alle gegen Kennt irgendwer unsere Taktik bei dem Boss nicht? Ich frag mal in die Runde Marion, kenn ich die? Wir haben ne Taktik Wir haben nicht genug Damage, um den in einer Phase zu Bursten Wir spielen den ganz normal Das ist normal? Gut, gut 2 Phasen Okay Kampf raus? Nach der ersten Phase, oder? In der zweiten? Wir kündigen's an Okay Also beim Pull Ich müsste kurz zurück, ich hab nen neuen Artefakt-Bonus Ja, ja Ja, ja Stand am Kopf Oh ja Baffhut noch gewinnt Baffhut, ja Na gut, im Baffhut, da war was Ja, brav ich dich Ja, brav ich dich Boah, Harry, bist du unvorbereitet Gulen hast du rechts Ich nehm immer rechts Also beim rausgucken ist es da links 5 4 3 2 1 Endlich Ist die Fütterungszeit gekommen Habe ich oben gestaltet, oder? Was ist das? Hahahaha Das klingt doch komisch aus Wann hab ich geleuchtet? Äh, ja, weil ich dieses Astralen Wurde das Glück Wicht Also der Damage ist doch eigentlich recht gut, oder? So, einmal zusammenziehen Morgen Fahrt's aber Fast Glück Schön da heranziehen Stuntutten kommt Nice Schaut da gut aus Nice Da ist noch eines, holst du das noch her Und jetzt voll Damage aufs Auge Hahahaha Das ist ein schwacher Moment jetzt Das ist ein schwacher Moment jetzt Jaguil nimmst du? Ja Muka hat jetzt schon keinen Mana mehr Hau mal Hahahaha Hahahaha Minderst du den Jürgen Alles Lüge Verleumdung Du wartest noch auf Anregen, Brock, ne? Äh, nur wenn ich Hälfte hat Ja Tentakel Denkst du von dem Verderbnis an der Seite? Und ja, nicht vom Augen Schwohl dich übernimm Schnell Hab ihn doch Ja So den Dicken umhauen und dann Bomben Ja Ja Ach, eins Bist du hier draußen? Explodiert Naja, guck mal hier aus dem was Erst reingehen und alle Toten Erst reingehen und alle Toten Ja Dann ziehen wir die Paar hier noch zusammen Eier Lass zurücknehmen, noch ein bisschen näher Ok Brauche nur noch eins Ein Dorf Ich bin nicht links und rechts Güte, zurück! Meine Güte Fünfzehn Sekunden Fünfzehn Sekunden Und raus Fünf Sekunden Wir gehen auf den Rechten Fünfzehn Sekunden Todesblick Noch eins, ich würde sagen, erst mal lang zum Kampf raus, oder? Noch geht's wir hatten auch die hinteren drei wenn die da nebeneinander sind einmal bomben jetzt sind sie da ok kampf raus ja lass uns die noch machen bevor wir bomben so und jetzt schön zusammenziehen hat mich alle da ja das ist von mir kann nur leider nicht drin stehen ich habe den Hakel auf den großen in Ruhe Jetzt! Nimm ihn! Der ist rechts, kann ich nicht mehr unterbrechen Links hinten sind die Kleinen Die Tentakelern sind auf dem Großen Und einmal Bomben Verderber rechts Oh, das sind 3 Verderber Wir brauchen nur 6 Plops, also wenn wir das irgendwie hinkriegen Nach 5, die Links sind auch noch mal Verderber Lass uns die Blobs töten, ich tank dann den Verderber, mach den draußen Wir sind ja dann eh nicht alle Nein! So, dann geht ihr rein Kops töten Und dann zieht es jetzt eh nicht um, ich trau mich da nicht rein Boah Kagi, das war knapp Der Heal war fast durch Genau wie bei Tüte Wollt schön aufpassen mit dem Dieber, dass ihr nicht eure Leute erwischt Geemwardess Mann, Mann, Mann Akon win Beeb, beebi, beeis Beesie Keine Nennenswerten Oh, Beute! BEUTE! Wie dachte wir seinockey? Was habe ich natürlich ausgewähltF Beuge Spezialisierung Verstärker Meine Hosen braucht niemand, so was? Nö, das braucht man. Erst waschen, dann sehen wir weiter. Feuer verkauft! Wegen wir das blutige Artefakt? Noch mal leveler, dann. 3 oder 5. Blutiges Artefakt könnte ich auch noch brauchen. Roll mal jeder, der es da haben will. Können wir das doch mal eben pausen? Ich find das grad irgendwie nicht. Ja, Moment. Ja, Rulli ist da! Na also, gib mir! Ja, wenn das ne Mainshire ist, dann pass ich. Dann kannst du sie haben. Also rolle einfach jeder, der es wirklich braucht. Das ist jetzt einfach eingeladen, oder? Na na, ich bin schon damit leer. Einfach immer rechts rum? Ja. Ähm, sorry. Kurz auf Klo. Die Handtour? Naja. Weil sie schon? Höchstens ein Dissen würd ich sie nehmen. Aber der Don hat vorhin, ähm, gedingselt. Also, so gut wie jeder Liderträger kann es gebrauchen. Sie scheint entschlossen, ihre Verderbnis über Donuts zu bringen. Der Geist der Tauren darf dem Alptraum nicht zum Opfer fallen. Also, das Beispiel ist dein Mainshire, oder? Denk ich immer. Rasi! Nein, das ist Rasi! Hä? Hä? Das ist Rasis Schurke. Nee, ich brauch Alkohol. Okay, oh Gott, oh Gott. Aber ihr dürft trotzdem gerne würfeln. Ich glaub bei Mikata war's sogar auch. Das ist Rasi! Das ist kaum ne Verbesserung für mich. Wir haben die Mastering doch, oder? Eigentlich stimmt, das ist eigentlich nicht in unserem Gilden DS. Ja, es ist 2% besser, als bei den jetzigen Schultern, das Echtbild. Da musst du mehr nach Style gehen. Bei Tulipen geb ich's eh eher, als zu nem dreckigen Schurken. Weil die Schurken, die stehen uns nur unseren Loot. Die stehen unser Loot! Und unsere Jobs! Die wollen nämlich mit Taschendiebstahl eigentlich immer alles klauen. Also Specki mag nicht würfeln, oder? Äh, wo seid ihr lang gesagt? Specki ist jetzt Muga, oder? Ne, der war ein Rasi. Muga? So nen Specki. Ja, meine Mutter, du bist so schwebeln bei so'n Namen. Was du nennst deine Mutter, Specki? So sind die Mäui vor dir einfach zu schwebeln? So ist wohl größer. Me encuentriest du nie mehr einfach nur die einzige Elgame type, das sind hier und das ist conseguir toppen物tern. Wie heißt der Gegenteil auf dem Fenster? Doch ja was kann ichet hatte. Gut, doctor, das machen wir tycker jetzt. Nein, nicht alles. Aber jeder soll eine eles felit sein. Marion? Das Passwort ist falsch Wollte ich grad sagen Eingeschrieben Was sind das für Würmerkämie ausgeschrieben? Stop, wartet mal da unten Ah ja genau Kühlschrank, wir brauchen einen Kühlschrank Hallo Juli Servus Ihr müsst aber auch klicken auf den Kühlschrank Den hättest ja auch vorm Boss stehen Niemals Der Juli soll schon sehen was auf dem zu kommt Dann portet wieder jemand zum Boss und fällt dann gleich um Hatten wir das nicht schonmal heute? Hm Da war noch was Ne, ich glaub da war noch nicht Ne, wir porten ihn und springen dann in die Lava Haaaah gewoll Ja du war schon groß Ja du war schon groß Ah, oh mein Gott Ich brauche ja Lutschiesu Und ich jemals so kurz vorm Hose lullen warf Aber lauter lachen möchte Lass mal Lass mal Wer nimmt Boss denn P1? Du, du nimmst immer Boss Ich glaub das ist besser ne, ich kann die jetzt relativ einfach zusammen holen Ja Ist klar ne, grün, also Soße, grün, Wirbel Wind zu Lila, Kampf rausch Phase 2 Ja Hat doch irgendwer ne Frage Hä, was Wie spät ist? Dann pull mal Gut, Haagul macht den Timer Und ich ziel für Martin mit dem Witz, ge Zählen wir alle mit für Martin Fünf Vier Haha Ha 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 Diesmal bin ich auf eure Hinterlist vorbereitet Heey Du Arsch Tja Ha 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 Fünf 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 Sind auch sie gegen heutige Gewalten? Wo sind sie jetzt die Polizei? Hahaha! Oder seien sie live dabei? Wie wieso werde ich auch? 9 von 10 Leuten sagen, Mobbing macht Spass. Wieso ist denn genau die 2 Schurken gelingt? Das sind noch 2 linke Schurken. Hahaha! Gott! Was war denn jetzt das? Boah! Da war ein Ei im Weg! Wer auch? Fissen! Ja dann einfach... Was soll? Sanftige Häschen! Am Brett zu hören sind, Mage? Oder ist der runtergefallen? Nee, nicht da hinten. Also ja, den kann man nicht fassen. Kann man denn in der Phase runterfallen? Das hab ich noch nie gesehen. Ich bin nicht runtergefallen. Ich kann den Eiern nicht. Hahaha! Oh Gott! Die Eier haben mich hoch die Schleuder, wie ich gerade die Püste gelegt hab! Bist du alle hier dicht an den Boss ran? Ich werd mal aus der Püste rausziehen! die leute mit den wirbeln zu nieder jetzt schön nah am boss bleibt immer nah am boss und rüber und ein wunderschönes hexa portal nein ich bin gewurzelt mein gott ist er da oder kommt das noch heute im so nein vor ihm weg nach ruling machts hier spaltet der in your face in your face in your face und keine zeit für so die vor ihm weg 4 3 2 1 wir haben doch wohl keine Angst vor Spinnen oder nicht oh echt jetzt wirklich das war der Fallschade wahrscheinlich die ton jetzt sind deine mann auch Probleme gelöst ich wollte gerade sagen nice schick die möchtet jetzt würfeln oh lol äh ich passt aber falls jemand von den anderen zwei in den braucht jetzt da brauche ich schon gar nicht mehr würfeln oder doch du kannst hast du schon was gekriegt ich hab jetzt gerade was vom Boss gekriegt ich hab jetzt gerade was vom Boss gekriegt mit dem grünen Drachenschwader ach super KZ wo rennen näh wo rennen die Tüte hin Tüte ach schacki ich würde da Bus noch weiter fangen ne der liegt hier vorne der Boss naja hab ich ich sterbe so viele rum ich hab den gar nicht gesehen so viele rum so viele rum ich hab den gar nicht gesehen ich hab den gar nicht gesehen oh hey schon wieder Gold Kreppkosten wieder rein oder? ah die ist schon mal im letzten aus drehen oh Gott ey jetzt ah ich hab den g bloß Fantasy ach schon gepult nein nein Warte um Löte nein von Trainingstermis von Trainingstermis haha Was ist los? Was hast du gewonnen? Ist die Million geknackt von ihr? Na bei mir ist das ganz knapp unter mir drunter. Das ist mein Wunschdenken. Ich kann es gerne posten, das ist überhaupt kein Problem. Ja tu es, tu es was los. Ja, man lässt du erst beim halben FAMF reinkommen. Ja wahrscheinlich. Bitte rein. Ich bin hier von Anfang an dabei gewesen. Dringstab 2? Ja. Es gibt nur ein Problem wenn ich heile. Ich kann mein Bier nicht trinken. Du brauchst schon Strohhalm. Boah, Bier aus dem Strohhalm. So ne Kultur. Oder, du machst natürlich Alternativen. Du sagst dann Garten. Aufroger. Und dann musst du dir das eingehen. Ne, sie müsste es mir anreichen. Für sowas gibt es Bierhüte. Ja. Mega geil. Und jetzt. Ich brauch nen Biohut. Aber da geht voll auf den Nacken, hab ich schon ausprobiert. Man darf auch nicht zu viel reinschütten. Du darfst auch keinen Fass da dran binden. Das ist doch nicht das Geschickteste für. Wie teilen wir uns denn auf? Haben wir recht? Der hat das eh schon gemacht, gell? Also nur gemacht. Ja hier allein, das passt. Gruppe 1 links, Gruppe 2 rechts. Und was ist da mit 3 und 4? In Gruppe 3. Also Gruppe 3 und Gruppe 4 gehen nach rechts. Gruppe 1 und Gruppe 2 gehen nach links. Ich bin Mario oder Leid in der Gruppe. Ich bin Alex House of Lex. Mach den Martin nicht einfach richtig. Ach was. Kaki ist kein Entste neben der Gegner, ne? Geht's nicht? So. Heiler, los. Sehr gut. Wolltest du den Kravogl im Gesicht? Ach du, du wolltest den Herausforder. Ich hab null drauf geachtet, wo die Heiler sind. Fickse. Sonst kann halt ein Heiler noch rüberkommen. Ja. Ob sie der letzte Märtyl wieder heilt. Werden die Tolle irgendwo blöd stehen oder so? Die Verdammten werden niemals ruhen. Das war glaube ich eine Herausforderung blöd zu stehen. Geister, oder? Wobei, wir haben ja nur drei, ne? Das geht ja eh nicht auch. Geister, Geister, Geister. Hehehehe. Tätet vor, Träumer! Fahrradtraining. Rume, kannst du dich dafür reinstellen? Nur wenn man sich dann rüberkommt. Nur wenn man sich dann rüberkommt. Ich hab 6-6. Ja. Dann hol du dir jetzt die Sonne, ich nehm Leon. Ich komm nicht. Tätet vor, Träumer! Und fordert eure Rache! Martin, wie sieht das aus? Soll ich da mit rüberkommen, oder? Kriegst du es hin? Jo, mal links. Martin? Ja, geht doch. Er kriegt ja. Ich fühle mich hier grad einfach unterfordert. Dann kannst du damage machen neben uns. Wenn du den Stream verfolgst, würdest du sehen, dass ich das zwischendurch auch tue. Also ich schau immer, dass ich den Stream sehen will. Ich schau immer, dass ich den Stream sehen will. Oh? Gute also. Ne. Ich darf den Verstärker da nicht vorne lassen, es geht nicht. Wirklich? Ja, fangt nicht. Ja, fangt nur noch einer. Ah, nicht weg 10, müssen wir stehen nicht mehr in Wurmel. Ah. Es schränkt uns diese Welle! Tätet vor, Träumer! Und fordert eure Rache! Ach, schlau, 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 schlau. Ja, dann nehme ich mir hier so und dritte nimmst du 9. Heilen? Wie lange schläfst du noch? Ah, passt schon. Erst noch die Schäben hier, genau. Wie ich hier schon wieder gefressen werde und kein DD investiert. Doch, ich schau zu. Ich freue mich an. Ich hab dich sogar ganz kurz einmal gehalten. Geister, Geister. Betet vor, Träumer! Und fordert eure Rache! Geist! Also ich komm noch auf Platz 1 der Heilerliste. Allein noch Selbstheilung. Ich tönt ja die kleinen Schaden, Mino. Also, das hab ich D-Pistolo, Mino. Wenn die Eds zusammen sind, würde ich sagen, machen wir einen Wechsel, ja. Na gut. Ist hier keine Eds? So, dann... Ich wollte jetzt einen Wechsel machen. Lass uns mal die reinstellen, wahrscheinlich. Eure besudelnden Seelen werden meine Kräste nähren. Oh, hier wieder Geister. Geister, Geister, Geister. Wenn ihr den Eds darüber bringt. Was denn die Eds nicht meinte? Was denn die Eds? Endlich! Es schwirrt. Seien uns mal die Eds. Du. 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 Ja, du. hat doch noch bin ich ritsch welch grausames schicksalsspiel oh, ritsch, war so ein Ring äh, meine Gedankenwunde ah, meine Wunde braucht das wir jetzt? findest du, oder was? ich hab ein Red Bull wann der Gedankenwunde äh, super, ne 6 mhm, kann man machen da kommt doch keiner drüber ne, 6 ist doch super 6 ist doch super braucht die Shadow-Ware von Reminion? ja, ja, das war's magst du das selber? jo ok du machst doch genug Damage gib das her also lass uns doch mal versuchen diese linke Trash-Gruppe nicht zu pullen ich mach nicht genug Damage das wird nicht funktionieren du, du gehst auf mir auf, oder? du gehst auf mir auf, oder? versuch ich's und jedes Mal glaub's nicht gibts ein Achievement für? Wahrheit, wer liegt da nicht dabei mit dem Janker? wenn, dann hat's keiner aus dieser Gruppe ach, ich komm da nicht rauf ey ich komm da nicht rauf gut, dann? ich hab auch nicht mal mein Ring geträgt hallo? ja wer denn? ich... oh, oh, da bringe ich ja, jetzt auch noch nicht! verzeihet jetzt, wenn ich dann um die Hände schalte entweder willst du's oder nicht weiss ich bin grad am heilen und links da wo das Handelsfenster aufkloppt ist meine Gruppenanzeige ja, dann heil das eigentlich los verdien es dir ja ein bisschen Action reingehen ja, nicht nur hier wegen dem geheimen Ehren-Skin bei Usok ähm naja der ist voll toll, den hatte ich auch im zweiten Mal ja, Skin mhm im LFR hehehe wie finden alle Leute hier zwei vom LFR? ja, ich hab's gar nicht Kraft da kam überall so GZ, GZ oder dem her das hat ja keinen Load das ist aufgeploppt was da los? vor allem in dem Tag wow ok warte von Seiten für mich 400 Dungeons voll zu tun re oh so wo seid sie denn? was? der Klauch du musst dich haltet auf dem Weg zum Bärchen oder wie oder was? äh möchtest du uns gesellschaftlich fahren? ich brauche du musst aber nicht adden Genau, man guckt dich, ey. Ups. Lass uns die Leute doch erstmal voll heilen. Heute nicht. Was ein Luxus, ey. 70% immer noch mehr Leben als die anderen voll. Also wo soll ich heben? Ach, nur dein Kriegertalent. Ja. Sophie, du kannst ohne zu sterben. Wenn du das mal rausnimmst, ich kenn's schon in den Pfiff raus. Ja, ja. Das ist jedes Mal, wenn ich's rausnehme und was anderes auswirf, dann krieg ich fast schon so Weinkrämfe bei mir. Oh, Uli, der Heal war eigentlich durch. So stolz an euch, wir haben nicht geädit. Was ich auf diesem Tag noch erleben habe. Oh cool, ich mach nicht da. Die kommen dann, wenn wir bei Bus sind. Wahrscheinlich. Oh, Uli, ich beneide dich ein bisschen um den Skid. Ich kann's recht zugehen. Gehen wir noch nicht. Braucht ihr weitere Beweise, mit welcher... Gruppe? Ach ja, die sind noch gut so wie sie sind. Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 3, dann wieder Gruppe 1. So. Jetzt sind immer vier und passt doch. Wieso hab ich hier Agro? Du glaub ich kennt... Famous Last Words, Moku oder was? Wieviel bringst du mit, Moku? Kann ja auch mal fragen. Also das war jetzt so, bei Blau. Derjenige, der angecharged wird, läuft hinter das blaue Mark und Gruppe 1 stellt sich dafür. Achso, wir sind ja gar nicht auf HC, ne? Komm. Ne. Dann Gruppe 2, dann Gruppe 3... Also das muss diesmal jemand anders ansagen. Das krieg ich heilen und das ansagen, das wird ein bisschen schwer. Dafür machen sie anders. Das ist so mit Augen öffnen. Also, jeder der angecharged wird, hinter das blaue Mark. Wir rotieren die Gruppen durch. Jeder schaut jetzt in welche Gruppe das er ist. 1, 2 oder 3. Tanks sind die ähnliche beiden Tanks in 1. Gruppe 1 fängt an. Gruppe 1 stellt sich dann komplett in das blaue Mark. Der angecharged stellt sich in das blaue Mark und Gruppe 2 stellt sich. Ja, Gruppe 3. Dann fangen wir hinter ihm an, jetzt mal. Ach, wir müssen auch gar nicht im Kreis tanken, ne? Eben, das stimmt, tage ich ja. Ja, dann lassen wir ihn da wo er ist. Also Gruppe 1 beginnt, jeder schaut, welche Gruppe das ist. Merkt ihr euch das? 3 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 Ich hab es gar nicht verstanden aber wird es schon passen. �niffw Assim als Blauen läuft wenn deine Gruppel dran ist. Oh feeling du bist Gruppe 1, du fängst dann gleich an. ja du bleibst bei dem Blauen Anfang mit sterben, gefällt mir nicht. Johnnag dein Mann ist der hö throatbar. immer diese Dolby Surround Ready Checks, ne? da da dumm ok ja gut, ich fange an, ne? alle pull timer 4 3 wer kriegt das erste Schadflut-Schwurke? ich hab nur einmal draufgehauen, entschuldigung ja ja bei 30% enrage der boss dann, was heißt das? da, tatsch also Martin stellt sich jetzt hinter das blaue und Gruppe 1 stellt sich in das am Markt alle anderen gehen weg mit dem blauen Zeichen ok, du nimmst den, ja? dann wechseln wir auch immer die Debuffs durch so, jetzt Gruppe 2 zum Block so, Gruppe 2 macht sich rein was jetzt? dann zu blau zu gehen wo was dran steht, ist die wenige Schaden kriegt man, gar? die nie, ja? der, was ist Mark vor, oder wie nöd? da, bei den Brühl wo da sind nur genug dran stehen schulden Achtung, gleich wieder nächste Blick bleibereit machen zurück, Gruppe 2 stellt sich vor Mucu 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 Ja, die Gruppe, die jetzt kam... Du rausgehst mit Gruppe 3, oder? Ja, wie du bekommst es... Gut. Achtung, Moveku wieder zurück! Komm, Gruppe 3! Nächstes, dann kommt der 1... Ja... Aber so ist das echt besser! Das ist viel entspannter! Du brauchst mit mehr Leuten gerichtet! Ja, und selbst wenn du es mit Gruppe 1 und 2 machst! Wollte bereit machen? Achtung, Tüte hinter Blau, Gruppe... Was ist jetzt von Gruppe 2? 1, 1, 1, 1... Uhhh! Ähh... Hast du glaube ich die Tüte nicht gelaufen? Ja, ne! Schnell aufheben! Geht nicht, wir haben schon einen Bedrocks, oder? Oh, ich hab Angst! Ah, hat schon bekommen! Okay! Uff! Schnell gut, sag, wenn ich es nehmen soll! Ich weiß nicht, wo du bist, oder? Ich bin laut! Jetzt haben wir aber keinen mehr, ne? Okay! Oh, eigentlich müsste noch einer sein, oder? Also, spotten kann ich dir, wenn du möchtest! Ich weiß noch nicht, wann! Sobald! Jetzt! 2, oder was? Hältst du jetzt ruhig spotten? Okay! Okay! Achtung, Blick! Gell, Gruppe 2! Hä? Gott! Boah! You good! Oh cow! Eventually, go away! Warte abajo! Glaube, meine Teufels instructors... Nicht Freilassen, Mutter Sie Doktor! Die ist jetzt tot! Ich habe einen 6 Millionen Tick Ich habe gesagt, nicht freilassen, ich rette Ich bin hier und das kannst du nicht wegschenken Ja, ne und das kannst du nicht wegschenken Ja, ne und das kannst du nicht wegschenken Warum hat dieses Trinket Kritt? Warum nicht? Denk? Kritt? DK zum Beispiel Der Kritt? Ja, also wenn es irgendwer haben will, ich verschenke es Für jemanden hat er braucht er Das Halsteil würde ich nehmen Halsteil? Ja, klar Also, würde ich für Rollen Was ist er? Harry anscheinend auch Also wer möchte Warte kurz, warte kurz Die Halskette von Harry auch brauchen Jetzt wird gerade das Trinket gewürfelt Das ist gepostet So viele So viele So auf der Tank-Klasse, die was mit Kritt anfangen kann Ja, meinten sie gerade Gut, dann will ich vom Glauben Halskette Was würdest du für Secondary definitiv nehmen Halskette Halskette Seht, die Iris öffnet sich Der Weg zu Zeus Halskette Äh Ich hab da was Gepolt Gepolt Ich hab auch dem ganzen Traum Ja, ihr kommt's nicht durch uns Portal Ja Ja Achau Also wir sind jetzt in Artifus Ich nicht Ja, Farbe zu verrückt Im Volt hat noch jemand gepolt Und wer war's? Der, der endlich den Hunter spielt Wie unerwartet Kurze Halskette Ja, lass noch bis Scenarios vorstehen Und dann Okay Wir können da doch rechts rum gehen Da müssen wir den Trash nicht machen Ja, das dauert ja nicht so lang Also ich war schon so oft in der Instanz Und ich habe, egal wo man lang geht Immer Leute Atten sehen Ja, ja Ja, ich muss dazu sagen Der Iton, der ist unser Main-Header Das ist wahr Ich hab' Ich hab' Ich hab' Ich hab' Ich hab' Ich hab' Du dickhintest Ich hab' noch gar nicht Vor allem Er kann In der gleichen Instanz Zwei von am gleichen Ort Das schafft nur Iton Das schafft nur Iton Hats Aber da digitiert er dann zu Iton Keine Ahnung Haha Iton Digi-Ne Ultra Digi-Tion Zu Iton Nein Unlimited Edition, oder was? Gibt's nur einfach nicht Ne, gibt's dann nicht Ultra-Tolter Danke Danke Hat jemand so'n Umskill-Ding Julian Kann doch Hexer gehen nach Dalaran Lass sie zurück Ja Dalaran Hi Dalaran Ding Ding Dong Wir haben auch einen Magier dabei Der einen Portal-Stein hat Ja, einen Portal-Stein hat, ne? Gute Frage Ja Ja, gut, dann portest du dann Ja, 5 Minuten Porte, gut Gut dann hier Mach das Mikrofon aus, ey Gleich höchstens Plätschen Und dann ein leichtes Und dann auch ein Und dann haben wir wie eine Überschwemmung Ich liebte alle Funde nach Höhe, weil das passt Nur weil ich jedes Mal raus aus dem Balkon gehe Ja, du solltest aufhören Tja Oder aufs Klo gehen und in das Vom Balkon pischen Du hast auch ein komisches Klo Ja, die sind hier noch nicht so weit John Abweichen Ne, das ist wichtig Ah, der Smokai-1 Eigentlich alles Twinks Eigentlich alles Twinks? Nein Wir sind wirklich so schlecht Hey, wisst du was für eine Zeit jetzt gekommen ist? Nordenzeit? Zeit der Spitzange! Ja, mach so Hey, schaut noch ganz normal aus Das kann nicht bleiben, das stimmt Mikrofon muted, Mikrofon activated Ja, gut, wollen wir das mal probieren Für den Boss einfach immer an der Pfütze tanken Die Adds halt woanders Und dann Du die ganze Zeit beim Boss bleibst das ganze Game über sozusagen Also wir zählen den immer an zwei Stellen hin und her An den vorderen beiden Ja, ich Kann immer was Neues ausprobieren Deswegen freu mich grad Links, rechts, rechts, links Rechts Ist halt schön, wenn man den dahin zieht Wo man sowieso die Sachen übernimmt Damit die Nahkämpfer noch draufschlagen können In der Zeit Ja, anfangs, als ich den getankt hab noch Anfangs mit dem anderen Charter Habe das auch so gemacht Da hab ich echt nur die Adds getankt Ne? Außer in der Endphase natürlich Ja Wippe, wippe, wippe Wollte eigentlich nicht immer das Ei in der Tüte sein Nicht die Tüte im Ei Ich weiß nicht Ei dann vorne Ich bin mal Alf Karduschen hier Ich bin mal Alf Karduschen hier Also der Ei kann ich auf jeden Fall umspielen Wenn da mal Ruhe ist, kann ich mal fragen Wie viele Österreicher hier in der Gruppe Zu viele Nee, zu viele gibt es nicht Ich glaub die Österreicher sind sehr still Die heben nur den Arm Der war böse, tut mir leid Du, du bist ja nur neidisch Weil der bekannteste Deutsche Österreicher Mit mir sind's drei Ja Die anderen beiden trauen sich nicht alleine raus Deswegen sind wir uns zweit in einer Wohnung Ich fand das ja mal geil In nem In nem Raid hatten wir Auch nen Österreicher Der hätte auch nach nem Nach nem Assis gefragt Damit er markieren kann Ne Sorry Dem letzten Österreicher Mit dem er Assis gegeben hat Und das ja in den Krieg geführt Kann noch jemand einen Tanzmock mal entstellen kurz? Also ich musste zu zu Lich King Zeiten Musste ich immer den Rechten abtanken Das ist, das ist, ey bitte Das ist kein Spaß, ja Das ist total ernst Ja wirklich? Der Ösi geht aus Vergehst du jedes Mal kaputt, oder Fabi? Bitter so witzig Wobei, Mutter der Krank Kommt Niedens Turden Boah, wer sonst Was, was, was? Pull, pull, was, was? Pull, eins Pull kommt Den Talera fahren, Leute Zum Glück ist Paulus dabei Nein Ja, hab ich auch grad gedacht Das geht auch irgendwie falsch aus Das geht auch irgendwie falsch aus Harry? Du warst grad zu leise Und meinst das Slayer Was? Wie dein Slayer? Ja Ich rette Moko Los Moko! Los! Sind jetzt alle hier? Hm? Wie war das hier? Von klein nach groß, ne? Fan-Kämpfer? Von klein nach groß Melee's? Auch von klein nach groß Vermutlich Einfach die ganz Kleinen nicht Ja, die machen die Kleinen nicht Ja Außer, die sind nicht auf dem Weg Nein, dann lauf ich vorbei Nein, dann lauf ich vorbei So Uh! Da, wo wir sie immer sind Moko Haha Hinten, oder? Hinten, oder? Hinten 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 Alle auf die Die Chance auf Wolken ist groß Hinten Verlägt nicht wirklich mit dem Boss weg Hinten 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 Alle auf die S Alle auf die S Niemand hat auf dem Boss Auch ich nicht Hinten Hinten So, alle mit 30 Stacks. Geht mal schön da rein. Huchu! Dani! Die Liste ist lang. Ich hab ein bisschen Down-Connect gemacht. Fabian, läufst du grad mit deiner Ozy-Fraktion? Ich hab grad gedacht, das ist ein Gilden-Run. Ja, die Tanks sind aus der Gilde. Der Gäste ist alles von einer anderen Gilde. Hä? Wer ist jetzt der Tank? Tank-Schweiler? Fabian, warum tanken? Ihr sterbt nicht? Nee. Noch nicht. Denn ich heiße ja nicht. Vorsicht, Tranken. Haben wir denn jetzt da hinten, die Viecher? Ja, Riesenfalle aufnehmen. Dachen töten hier. Also erst die Kleinen natürlich. Gesegnete Ranken! Fessel die Verdammten! Angst dran, die Divas. Boah, diese Ranken gehen mir auf den Sack! So, Dominion, Ethan, Andorell, Rulak, Himmelnruder, Shioda, G-Warte tanken. Ja, ja. Sack drauf. Hall? Mach ich auch noch. Machst du auch noch. Also die Plitz ist weg. So, Ron, können sie auch weg. Rulak, bei der nächsten Plitz bist du der Erste, der drin steht, bitte. Wie viele Stacks hat er denn? Und vielleicht 40. Und vielleicht 50. Hä? Wir gehen mal in LFR und stack über 100. Dann müssen wir weiter. Wir müssen jetzt zu gelb. Und er macht es! Er macht es! Paul ist Paul! Alle zu gelb. Brauch mal einen Baum. Rudi? Wenn du von dem Land verwischt hast, bauen wir einen und krieg dich raus. Oh, da muss ja keinen Platz durch. Damage Stopp. Damage Stopp auf Boss. Damage Stopp. Wir wollen auf keinen Fall jetzt die Wasser haben. Ich werde euch nicht verlieren! Mach die Schwester! Wieso hab ich hier? Die Schwester? Habe ich für Hilfe! Scheiß, Ranken! Ich hab nichts dran wegen der Ranken. Rasi, kannst du die Ranken kurz wegmachen. Das ist doch cool. Aber wer hat denn den Sieber auf Shai? Gehst du weg von uns, bitte? Ja, komm! Ah, das ist rasig! Hier ist bitte perfekt. Kuku, gehen wir tanken. Was ist das? Komm! Ich bin grüner! Mana meint er. Ja, oh. Ja, ja, hab ich gesehen. Brauchern hatte 43 Sticks. 44, 45! Ah, was! Eilen wir locker weg! Was ist denn gleich der Exo-Kamon? Ist schon. Kampfrausch! Ich bin gleich dritter gedritten. Haltet ein! Der sehende Zwei! Kennt ihr den Winkel, der ist in der Winkel, der einballen der. Das war ja eine Mini-Phitze! Ja! Da ist sie mir schon größer. Aber einer drin stand. Ja, Vater! Ich war ja ein Minifizze! Ich will euch nicht enttäuschen! Zehn haben wir es! Guck mal, guck mal wie klein die ist! Ja, und wie wird der jetzt nur so klein? Je mehr Damage Reduce wir machen als Tanks, desto kleiner wird die Pritzel. Gesegnete Ranken! Fesselt die Verdammten! Ich hab mal die Ranken den Teuch weggemacht. Ich hab' auch geklappt. Also André, willst du mit? Enttäuschen! Oder willst du lieber einen neuen Run machen, dass du die halt nicht kaputt hast? Ich hau' mir die, die wir da so nicht kaputt haben. Du willst meinen Paller bestimmt nicht nehmen. Wir nehmen jeden mit, eigentlich, glaub ich. What? Danke! Was hat der von altem Level? Sag nicht 820 oder so. Keine Sorge, er hat noch weniger. Aber du hast gesagt, wir nehmen jeden mit, also. Ja, aber jeden, der auch noch ein bisschen was beitragen kann. In 50k? Vielleicht doch. Ach! Ähm, das immer kühne, kurz mal. Ähm, das immer kühne Tuch haben wir zweimal genannt. Mit dem gleichen, also und darf zwei brauchen können, falls, dann können wir die ja untrade. Ah ja, stimmt. Du willst dann gleich hochgehen? Dann geb ich's. Du, Rulli? Na, komm mal nicht. Achso, du schaust, vielleicht steh' dann oben jetzt. Und Becci gibt's, äh... Und vernichtet den Alptraumfürsten. Nur so kann der Traum wiederhergestellt und Azeroth gerettet werden. Danke. Wunderbar, Freunde. Da wird klar, wer ist nimmer durch. Auf euer Wort öffne ich uns den Weg in das Herz dieser Verdärkung. Ja, auf dem Heal ja gibt es... Wobei, vielleicht einer mehr schadet dir wirklich nicht. Ja komm, lad dich ein. Mit wem? Ich komm jetzt mit meinem Heal. Ne, Heal brauch'n wir nicht. Willst mich jetzt raufeln? Du willst wirklich 50 bis 75k TPS mitnehmen? Naja. Ja, okay, dann komm ich mit meinem Shadow. Ich tu euch das nicht an. Lad' ein. Wir gern Nico. Ich bin ja noch auf Diszi gespielt. Brauch'n mal ein Portal, bitte. Mhm. Übrigens, ich hab mich jetzt mit Diszi angefrognet, ja? Cool. Okay. Das ist, äh... Wenn ich die zweite Elite-Fähigkeit hab', spiel' ich das mit euch in Chaos. Da bin ich mal gespannt. Ja. Ja, ich hab' mich noch nicht getraut. Im Raid-Hilates war... Aber... Meint, Diszi? Fütig Plus. Ja. Nicht gut, aber doch. Ich hab' mir... Oh, danke, dass ihr mich gleich dreimal porten wolltet. Das ist zu groß zu mir. Ich weiß ja, dass ich hoch im Kurs stehe, aber so hoch... Wir wollen dich sterben sehen. Wo ist hier ein Hexer-Portal? Los. Das Kleine. Wohin. Ja, wir hatten mal vor dem ersten Boss so'n Dämonen-Portal, dieses Kleine von den Hexern. Ach, da hast du alles. Demolten-Tor. Und das genau vor Newtendra ist das rausgekommen. Und... Irgendeiner... Das können wir aber crossen hier. ...hat draufgeklickt. Weil's vor allem für viele Priester sank, gell? Jetzt? Nein! Halt! Stopp! Ich hab' dir keinen Kassel ausgesucht. Was ist eigentlich mit den ganzen Demon-Huntern passiert? Die sind ja irgendwie kaum noch nicht. Ne, weil die alle ausgestattet sind. Die machen keinen Damage mehr, wurden genervt. Damage machen sie immer noch. Aber irgendwie hab' ich das Gefühl, das ist nicht mehr cool. Ne, ich hab' zwei Tassen. Ich muss inzwischen bereits zwei Tassen drücken, dass wir den Gästchen nicht mehr haben. Du musst inzwischen wirklich fünf Tassen enthalten. Dann nehmen wir bald meinen Geass-Master-Hunter. Nehm' die sich! Das ist ne ganze Hand, ne? Hast du immer noch eine für die Hose? Passt doch. Ja. Aber denkt dran, du brauchst auch noch eine für die zweiten Demonete auf dem Gästchen tippen. Also, wie geht die Rechner? So, ein-tippen. Ach, du gibst hier schon mal rein. Du kannst dann... Achso! Ja, ich starte das Video, starte den Raid und guck den Gästen. Achso! Video! Ja, den Stream, Margeon. Ja, den Stream, natürlich! Ja, genau! Er will sich selber von einer anderen Kategorie sehen, erst mal ein... Genau! Mhm... Aus der Sicht eines Hunters! Von hin schon! Das ist ein kritischer Blick. Ja, ja, natürlich... Zuo ist zerlegt die Skillung! Wieso hatte er drei andere P-P? Wieso hat er das Rechte gesehen? Also, jetzt... 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 No Flame, aber wieso hast du über den zweiten rechts und der dritten links... Das geht so gar nicht. What?! Warum heilen die Highland? Was war'n das?! Und warum legt ihr Stroh? Da hat man eine Däffner im Haus! Das war echt schnell Dude. Was macht man da eigentlich? Ein bisschen auseinanderlaufen am Anfang. Du läufst hier auseinander, weil... Jedes kleine End... Was halt da ist, macht schon eine Ecke. Ich weiß nicht, du... Aua... Aber dem gibt's nen Procter, der wird schlecht. Aua! Die Highland sind gefordert worden. Ja, gut, ich kann nur noch leben. Also... Du hast 300... In 360... Du hast... 2,1k als OG. Oder bist du auf Disky und gesprägt? Ich bin Disky im Moment. Ach, deswegen hast du diese Scheißdrinke dann. Da geht's schon los mit der Kritik, ne? Und ganz ehrlich, wieso hast du das, Leggy? Als Holy... äh, als Disky. Total schlecht. Ja, ja. Du Arsch! Da... Und da kommt... Da kommt der Heiler, der es nicht schafft, den Tank bei Nightpin hochzuhalten. Ja, ja. Ja. Aber alles kritisieren wir. Ja, ja. Ich glaub's ja auch. Ja, ich hab's ja geschafft, hab ich gehört. Ne, aber ich zieh, ich zieh lieber. Boah, Leute! Hallo! Hallo! Hallo, Ital, hallo! Jetzt Ital und Heil halt mal, halt ich selbst. Boah! Uff! Wenn ihr vorher den Geist verlastert, seid ihr vorher gleich wieder hier. Mein Feld ist soooon. Der Python ist jetzt bock-ekel. Nein. Oh, ich hab kein Mono mehr. Da. Also mein Anregen können ja nur Ruiden die AP machen. Gott, warum gibt es Muko? Weil der mit mir AP macht, heimlich. Eichhörnchen, böses Eichhörnchen, ganz böses Eichhörnchen. Eichhörnchen, das bestraft werden muss? Es gibt nicht umsonst eine Vogelform. Oh Gott. Also... Halt. Käse ist selbst gemacht. Krank gerührt. Das ist aber Schein. Was wirkt das? Meist ist größer. Das war RP. Das war RP. Deal with it. Also wir legen die Ketten bei Blau und bei Grün ab. Die Fernkämpfer bei Grün, die Nahkämpfer bei Blau. Das ist nicht ganz schön weit weg. Wir gehen in die Gruppe. Ja, in die Richtung halt. Oh, jetzt muss ich das mit den Ketten machen. Nachher ziehen wir den Boss Richtung Orange in der zweiten Phase, Kampfrausch in der dritten Phase. Hat irgendjemand eine Frage? Hat jeder Bachwut? Ich, 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 ich! Was wir oft wissen. Die tanks sagen wieder an, wenn sie Disveld werden wollen. Ja, die tanks stehen bei Leela, denn. Wer heredi's build'' denn. I'm already wrong. Hey, wo ist der Boss hin? Wahrscheinlich cool 하�t. Ich habe dort Schoken gesehen, der ein bisschen HP verloren hat. Ich weiß nicht wo sie gehört. Wolltest du einen Taschendiebstahl machen? Alter, wer hat euch gehofft? Was hat denn heute lol? Also, ihr seid nur im Traum, is Él. Gut, ok. Außer die im Traum können nicht mehr, aber dann melden sie sich. Und wenn zwei im Traum sind, sie einfach ansagen, ich mein das nächste, der muss das dann einfach machen. Ich dachte, du rufst einer irgendeine Hotline an. André, bist du ready? 190. André bist du ready? Ok, Agones verlor Er bricht grad ab 3, 2, 1, 1... Ich bin im Traum Juhu ich auch Erschrutt mal bitte! Also E-T ist du das erste Mal? Hatten? Kriegst du die Akku von ihm? Ich hau mal drauf Du hättest nicht bringen sollen Mach das 4 4 ok Wenn jetzt nur ein Heiler im Traum ist Hätten? Hätten? Und nur der? Dispel Mikata Deswegen machst du ihn auch mit 4 Wir gehen einfach auf 4 Stacks Dann geht das schon Ach du kannst doch auf Einhalter Die 2 Hexer Hast gepasst? Add pro Set Du musst Mikata tanken Fokus aufs große Add Na Goal sagt mir nicht, stoppen so Blades raus, Blades raus Seid euer letzte Bande mit der sterblichen Welt zu verschneiden Mehr schauen, was muss er betrachtet Mal spotten Hab beide jetzt, ich zünd mal nen kleinen CD Add range Fällen Sag wohl kannst du das erhauen? Äh, ich sollte das nicht nehmen Wolle du mit der sterblichen Welt zu verschneiden Ein Stück mehr Shockwave Ja, hast recht Ich werde euch aus der Welt der Warnen schneiden Ok Dispel Mikata Will du mal irgendwer das kleine Add im rangecam? Blades Ich werde euer Kampf verstückeln Öh, sind wir schon im P2? Ja, und jetzt Einmal in der Mitte Äh, wie machen wir denn das? Fangen wir alle einfach ab, oder? Ja, ja Alle bis auf die Tanks Ja Ja Ja, ey Jetzt gehen wir bis 5, oder? Wie doch nen Traum 5? Echt willst du? Jaja, 4 ist hier Letz Ja Sag, wenn ich spotten soll Ja, ja Ich dispel das nächste noch Ok Mit den Nächsten 14 Sekunden Vielleicht raus, weil ich bin Wo? Am spotten Argo dispeln Machen wir es in der zweiten Phase und noch AOE eigentlich, Argo Ich hatte die große Blase jedenfalls vor, deswegen bin ich weiter weg Nein Jetzt kommen wir Einmal die Mikata aufreden Tänk down, Tänk down Ab ihn Passt aber auch auf die Brüder Wurzest du hier nochmal neu? Im Traum in die drücken stellen Ja Ja Achtung Da ist noch ne Achtung Da ist noch ne Achtung Lass mich in die Blödsinn Ich hab doch Wurzest du Wurzest du Wurzest du Wurzest du Wurzest du Halte die Tanks aus dem Meteor Genau Ich Ja Und óc Ja Ja Jetzt kommt Es kommt kommen from nine Tänk four three two Nehmen War gut Es können Ab ich Wann kommt P3? Müssten wir eigentlich in 2% sein Kampfrausch Blut raus, Blut raus 2 kleine adds, 3, 4 1 stack mach ich noch K, Spot Ab Dispel Nikata Oh, jetzt kommen die Ketten noch wieder, Achtung, ne? Jaja Kettenblades Ich werde euer Herbst, das Dugren Dieter, noch ein Traum für 10 Dugren, da hat es am Glück aus Warte mal bitte, ich will dann gleich ganz woanders Klingeln, klingeln Ich werde euer Herz zerstückeln Da ist Tram raus Oh, das war's ja schon Oh, das war's ja schon Oh Kritte Schick, schick Hhh Huuui Ich mein, diese Stars Was kann das, Dreden? Kann das Dreden? Der Albtraum war lange ein Geräuchend, nirgendwo Mach dir so die Augen zu, dann weißt du was alles da hinsen so Dreden, die seine verdirbten Zerrochene Welt Soll ich hier ja nicht ne Tore stellen? Unterlegend, dein Traum hätte die Welt gelegt Nee, hier hinten im Bot. Wo geht man die Quester eigentlich ab? Achso, ich hab die Quester noch gehabt. Mit diesen Führersen. Äh, Floris da, in der Mitte man steht. Nö. Habst du fertig gegeben? Echt? Da hat Florian da, oder? Ich bin doch extra wieder raus aus der Indien und wieder in der Mitte. Nur durch euren Mut erblühen. Vielleicht wäre er fertig. Nein. Ausprobiert jetzt. Es sind zwei Stunden dagegen gestanden und erwartet. Todala. Wie lange hat das jetzt eigentlich gedauert hier? Ja, da würde ich drauf anhalten. Ja, ich auch. Töpfel für das flammende Artefakt trägt. Drei. Zwei. Ein. Drei. Drei. Ja. Mittwoch. Ist der Mördog in dir durchgegangen, oder was ist los? Wächst es manchmal, Mördog... Ja, Okay, das ist der Los. Who let the Dog out? Ich muss Schami leveln. Alles klar. Schami. Ich dachte du warst Parlam. Ja, keine Ahnung. Apropos Schami, Aslani bleiben erschienen. Niemals! Nein! Nein! Lauf! Bitte! Bitte oder bitte? Bitte! Ich bin nicht voll schüchtern, deswegen grinst du immer weg. Ja, das merk ich. Oh, ein F***er Fall! Draufklicken? Alter, immerhin kein tolles Beratmaterial. Das hat in unserer Gilde ein Kult bekommen. Was hast du für einen Gearscore, Europa-All? Wer? Drei. Okay. Aslani. Ich traf dich nicht zu sagen. Ja, wenn niemand reagiert, wenn ich was sage. Hab ich falsch. Hier Stromschlag für 20 Millionen muss ja ein schwieriger Charakter sein. Hahahaha. Ja, ja, so ist es. Hä? Ey, du musst nämlich erst einmal proggen, gell? Erstmal proggen. Erstmal proggen und musst noch ganz viele andere Sachen abhalten, ne? Du musst es so sehen, sie klickt ja nur, Simon. Naja, eben, ich bin Klicker. Jetzt sag doch mal alle schön. Bye-bye. Bye-bye, Scream. Bye-bye, Scream. Servus. Bye-bye, Servus. So, ich suche noch zwei DDDs für entweder Cara oder ne Mü-